jo leute was geht es willkommen zu einer folge am microsoft 4x2 ungefähr der dritte versuch wird aufzunehmen immer hatte ich solche scheiß team als älter jetzt habe ich hier hatte ich wohl auch schon mal drin die der cat protector der ist ganz okay aber da war viel bessere trainer muss sofort gerutscht war natürlich scheiße war auch aufwesert sogar letztes mal mit ihm ich habe ich kurz geschrieben kommen wir mal ein team digger wir kennen uns ja und da ist er wunderbar ich habe endlich am start leute ich liebe den scheiß immer schön hochbauen somit hat er letztes mal letztes mal auch nichts gegen gehabt von daher reicht alles klar okay was war das für ein bug in meiner maus hier drinnen hier direkt mal zum bett mal spitzer gekaufe du missgeburt ersten habe ich wieder die rumbackmann meine und dann gg auf jeden fall ein teame hause schon ausgelöscht hier wunderbar so läuft die Karriere doch ich brauche mal das hinzu alles klar hier ich glaube auf diese MAP ja hier kann man sehr gut fliegen glaube ich sogar man kommt ja von oben da irgendwie zum Bett hin und daher ich bin fast runtergefallen lieber so da drüben ist er oh sind auch zwei Spieler drin wunderbar das ist mir mal zu gönnen wie sie spielen da ja warten dass wir nahe Spaß Prozent ist nur noch allein im Team mit ihm wird wohl verlassen oder so hat wohl die Mutter gesagt wenn es fällig mit Sorgen jetzt musste lernen oder so ne kennt ihr ja alle zum Glück habe ich Schule fertig Jungs aber auf jeden Fall könnte ich mir hier kurz das Bettchen das ist ja gut eingebaut auf jeden Fall ja gut hat sich die Furze direkt mal die Kills gegönnt hier nice wunderbar Jungs ich glaube ich muss den Typen mal in die Party einladen dass wir nochmal ne Runde zusammen zocken können wäre natürlich auf jeden Fall nice der spielt ziemlich gut glaube ich und auch ein netter Käse vom Typ her nehm ich mal an jetzt bin ich so auf jeden Fall läuft ne Wunderbar wunderbar ich muss mir mal einen kleinen Bogen her da ich nicht so gut im Nahkampf bin ja ein Stück Scheiße was ist so denn schönes kann ich auch was abhaben komm doch du dummes Stück Scheiße man geh doch endlich da raus komm 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 ja Nemlig bang 9 Wcc die bler JUN du erneuert die spielten der ja ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns morgen wieder 18 Uhr vielleicht noch mal eine Runde mit dem selben Typen wer weiß heute rein und schau